Hallo und willkommen zurück, Enforcer, zu Hypnospace Outlaw. Und ja, ich weiß, ich habe in der letzten Folge am Ende Hypnosis Outlaw gesagt. Ja, kann passieren, ne? Also jetzt sind wir bei Hypnospace Outlaw und in der letzten Folge haben wir uns an einen Copyright Infringement gekümmert, nämlich um den hier. Da haben wir gut was hinbekommen. Jetzt können wir mal gucken, was unsere nächste Aufgabe ist. Und bevor wir uns die nächste Aufgabe angucken, möchte ich mir, ich meine, es ist scheinbar ein riesiges Internet-ähnliches Gebilde, was wir hier haben, aber ich möchte mir zumindest einfach nur, damit ich so ein bisschen auch mal die Lore verstehe, die hinter all diesen, ja, hinter dieser Hypnoscity steht und diese ganze Dystropie auch für mich vereinnehmen kann, möchte ich erst mal mir wenigstens die Hauptseite angucken. Genau, da haben wir ja das letzte Mal schon ein bisschen was gelesen von, ja, vom Prinzip her. Bist du neu hier? Ja, gruselig. Geh weg! Celebrity Travel Guide, da waren wir ja stehen geblieben, glaube ich. Genau. Das war irgendwie so ein schleimiger Typ, der in so einer TV-Show mitgemacht hat. So, da lesen wir einfach mal weiter, ne? Äh, also kürzlich hatte ich die Chance, äh, die, äh, das knusprige, sonnige Wetter und, äh, den kleinen Stadtscharme, äh, zu kombinieren mit dem, ja, sozusagen mit dem Ambiente einer großen Stadt, ähm, in dem ich, äh, Tallulah Falls, äh, also die Wasserfälle von Tallulah besucht habe in Colorado. Ähm, auch wenn wir nur 50 Minuten, äh, oder, also, unabhängig davon, dass wir nur 50 Minuten von dem Denver International Airport entfernt waren, äh, entfernt waren, ähm, was übrigens auch, äh, äh, ja, was man sich mehr leisten kann, als, äh, statt mal, als wenn man einen Shuttle nimmt, ja? Äh, jedoch, oder unabhängig davon, äh, versuch das ja nicht in deinem, äh, in deinem Guide irgendwie, äh, hervorzuheben. Wir wollen nicht, dass irgendjemand, okay, was ist denn hier los? Interessant. Warum, warum steht das jetzt hier? Äh, also, die schreiben jetzt anscheinend mit dem, oder zumindest, äh, waren die den hier, ne? Also, wir wollen nicht, dass irgendjemand, äh, einen Grund hat, äh, diese nicht zu besuchen, bevor wir ausfinden, äh, rausfinden, warum, äh, sie kommen sollten. Hier sind fünf gute Gründe, warum man absolut diese Tallulah Falls, äh, ja, beim nächsten Holiday, also beim nächsten, ähm, Urlaub besuchen sollte, als Ziel. Wir haben den wunderschönen Colorado Vistas Tallulah Falls hier. Das Ding da, diese, diese Baute, ne? Colorado Mountains, also die Colorado Berge und, äh, Wälder sind weltweit bekannt. Nicht nur fürs Skifahren, ja, ist auch ein großer, großer Teil von der Identität der Stadt. Ähm, ja, also, äh, auch, selbst wenn man, äh, in Betracht zieht, wie weit eigentlich die Stadt von den, äh, Bergen entfernt ist. Aber sie sind attraktiv, freundlich, äh, aber es gibt ein attraktives und freundliches Wildleben, also, ne, Tiere, Fauna und so, äh, Flora-Fauna und so weiter. Ähm, ja, Tallulah Falls hat besonders, äh, dieses, äh, Tallulah Falls in particular heißt, schon, äh, also, die haben so einen Beobachtungspunkt und sowas in der Richtung, ja, der Wasserturm ist auch ziemlich hoch. Ähm, weswegen man auch sozusagen die ganze Umgebung, äh, viele Meilen von dem Punkt entfernt sehen kann. Besucher haben aber auch, äh, ja, haben auch mitbekommen oder haben, äh, reported, jetzt hält mir das deutsche Wort nicht ein, äh, naja, ist egal. Ähm, ja, dass sie hier die großen, äh, Badezimmer sehr genießen, ja, und auch die, äh, neu hergestellte oder restaurierte historische Stadthalle, die wir links sehen, pictured to the left, äh, ja, ich seh nix. Das ist für mich pictured to the right, aber hier steht, dass es auf der linken Seite ist, aber, äh, ja, vielleicht hat hier jemand bei, na gut, ich sag mal so, das ist, äh, das ist wahrscheinlich der Charme dieser ganz alten, äh, ja, dieser ganz alten, ähm, Internetseiten. Man muss ja, ist es ja, soll das Spiel auch so ein bisschen, man sieht das ja, so ein bisschen, ja, die ganz, ganz frühen Zeiten des Internets, äh, zeigen. Und die Seiten sahen ja früher wirklich so aus, ist es ja nicht, ne, also, nur ist es halt so ein bisschen so eine 1984er-Version von, von dem Internet. Ähm, blablabla. Okay, jetzt wird es ein bisschen gruselig, jetzt haben wir hier oben so ein Auge, okay, Illuminati-Auge oder was, also, was ist hier los? Also, äh, neuer und, äh, verstärkter Community-Center, ne, also, mit drei neuen, äh, neuen Pool-Tables, also hier, sagst schon, äh, Billard, äh, Tischen, ne, und ein voll funktionstüchtiges und wunderbares, äh, wunderbare Turnhalle, ähm, haben wir geschaut, dass wir dieses Jahr das Budget, äh, ne, also, zugesagt bekommen. Und, äh, blablabla, blablabla, ja, ab und zu sozusagen kriegen wir ja auch mal zusammen für die ganze Familie, ne, also, da gibt's, äh, also, da gehen wir nicht den kurzen Weg, äh, um das Community-Center in den Tallulah Falls zu verbessern und vergrößern, ja. Also, wir haben einen, äh, einen Basketballplatz renoviert und 10.000, äh, ja, Quadratfuß, naja, ich weiß nicht, wie viel das umgerechnet ist, äh, 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 von einem Aluminium-beschichteten, äh, Gebäude gemacht, ja. Ja, dieser rustikale Charme, äh, vom Tallulah ist etwas, was, äh, mit dem wir wirklich empathisieren können. Das Letzte, was wir wollen, ist, äh, was wir wollen, ist, äh, was wir wollen, ist, äh, uns, äh, zu verbinden mit diesen, äh, oder assoziieren mit diesen modernen, ja, mit diesen modernen Wundern. Keine Ratten mehr. Aber wir haben ja trotzdem, wie gesagt, dieses ägyptische Auge, ne, das wachende Auge von, äh, von Hypno-OS oder was, ne? Mhm. Haben wir das irgendwo anders? Ja, auch irgendwie, ist hier, irgendwelche versteckten Symbole oder so. Das ist ja schon ein bisschen creepy. Auch der, das sieht irgendwie aus wie so ein junger Bootleg Tom Cruise irgendwie so ein bisschen, ne? Ja, so keine Ratten mehr. Äh, wir haben, äh, wir haben uns, äh, ja, wir haben ihn, äh, vor kurzem mit einer, ähm, wie kann man, Rattenfänger von Hameln ähnlichen Situationen, äh, äh, ja, haben wir uns, äh, erstatten wir dem gegenüber. Viele Ratten waren überall, ja, aber zum Glück, oder Gott sei Dank, können wir sagen, dass wir mittlerweile uns darum gekümmert haben. Äh, die Medienkampagne, ähm, äh, mit der, äh, mit der sie sich jetzt hier konfrontiert fühlt, ist ein großer, äh, ein großer Part von unserer, äh, von dem, was wir machen wollen. Ja, um das Image unserer Stadt sozusagen aufzupolieren in Zukunft. Unabhängig davon, äh, blablabla, wir wollen auch so sozusagen, dass die Leute, äh, jetzt mit dieser Einstellung rangehen, naja, mein Gott, ist es jetzt auch nicht so schlimm, mal so ein paar Essensresten hier in der Ecke liegen zu lassen, ja, ähm, ähm, wir bringen auch, äh, frisch produzierte Sachen, äh, mit und auch kleinere Kinder, ähm, ja, es ist keine Einzelratte oder irgendeine Pest, die hier umgeht, ne, äh, innerhalb von mehreren Meilen, also keine Sorge, ja, das nennen wir also das Versprechen von Tallulah. Orderly Streets, also sozusagen, ne, ähm, ordnungsgemäße oder, äh, gesetz, gesetzmäßige Straßen. Ähm, wenn du, äh, wenn du wirklich überall auf der Welt warst, ne, wie ich das zum Beispiel, das sagt jetzt der Celebrity-Typ da, ähm, dann hast du, äh, dann weißt du auch, äh, den Wert von, äh, Stadtplanung zu schätzen, ja. Ähm, dank eines, äh, wirklich zerstörerischen Feuers in den, äh, in den frühen 90er Jahren, ähm, sind die Bürger von Tallulah Falls, äh, ah, äh, ach, waren die sozusagen, äh, okay, da bedankt sich jetzt sozusagen, dass es dieses Feuer gab, weil die, äh, Bürger jetzt sozusagen die Stadt nochmal ganz neu, äh, von, vom Grund auf, äh, ja, aufbauen konnten. Aber ich würde jetzt nicht sagen, ich wüsste jetzt nicht, ob ich mich da extra bedanken sollte bei dem Feuer, also ein bisschen mobiler, aber, und nein, ich meine jetzt nicht, äh, Okay, jetzt labert er von uns ja im Grid, also Grid ist sowas wie, ähm, ne, also, es ist alles sehr, sehr, äh, fein und quadratisch geplant, mehr oder weniger, und er sagt jetzt hier von wegen, naja, ne, das ist jetzt nicht alles durcheinander, dass in der Mitte irgendwie so ein komischer Park ist, der alles durcheinander bringt und sowas, sondern wirklich so richtig langweilig eins neben den anderen gesetzt, ja. Also, du startest bei der ersten Straße und, äh, läufst dann direkt zur zweiten Straße. Du drehst dich nach rechts und BÄM, du bist bei der zwölften Straße. Ganz einfach, sauber und sicher. Äh, jetzt bist du dran, San Francisco. Ich hoffe, dass dieser Guide dir geholfen hat, ne. Ähm, blablabla, ja, 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 so. Okay. Jetzt können wir mal ein bisschen die traurige Musik hören. Bisschen Kuschel, Kuschelrock ist es ja nicht mal. Hypnospaces is amazing. Ich wurde gezwungen, das zu schreiben. So, was haben wir denn noch schönes hier? Auf der Seite, ja, ja, hallo, hallo. Hypnocoin haben wir uns schon durchgelesen. Und Hypnospacesguides. Na gut, so viel gibt es hier gar nicht mehr. Okay, okay. Also, auf den ersten Blick scheint ja alles in Ordnung zu sein, ne. Auf den ersten Blick zumindest. Aber wir wissen, dass da weitaus mehr dahinter steckt. So, das heißt, wir werden uns jetzt mal wieder eine Aufgabe annehmen, würde ich mal sagen. Zwei Cases. Erstmal hier, ne. You solved your first case. Ich glaube, das haben wir uns aber schon angeguckt. Das heißt, das können wir... Oh Gott, das ist wie kann ich das vorlesen. Ne, sei einfach ruhig, du machst mir Angst. Aber wie war denn das jetzt? Ich habe schon mal vergessen, ey. Wie war das mit den... Dispatch. Okay. Okay. Den haben wir geclosed. Teentopia Harassment. Okay, das ist neu. Harassment for Doc. Das habe ich ja angenommen, ja. Zane Rocks, bla bla bla. Und, äh, Content Infringement for All Enforcers. Hier gibt es wieder ein Content Infringement, bla bla bla. Äh. Und jetzt hatten wir doch schon Quatsch. Das war doch der Erste. Ich muss ja... Ist okay. Also wir müssen jetzt zu Teentopia, ne. Dann wollen wir mal. Also wichtig ist Citizen Zane Rocks 14. Der belästigt da halt irgendwelche Leute. So. Yeah. Für coole Kids im Alter von 13 zu 18 Jahren, ne. Wow. Teentopia. Cool. Keine Erwachsenen erlaubt. Teentopia ist voll sicher und richtig geil. Für, äh, richtig geiles Hangout für coole Kids hier. Okay, das sind ja die verschiedenen Sachen. Okay. Okay. So, aber wir müssen mal, äh, kurz gucken. Ähm. Ich muss mal kurz, äh, trotzdem schauen, wie wir das jetzt am besten, äh, anstellen. Zane Rocks. Ich meine, wir können ja erstmal den Typ überhaupt suchen, ne. Zane Rocks 14. Dann machen wir das mal. Ähm. So, also der Typ heißt Zane unterstrich Rocks unterstrich 14. Gibt's da irgendwas? Oh. Hey, ich bin Zane. Der unangefochtene König von Teentopia. Alter, what the fuck. Ich seh schon. Amokläufer in the making, oder was? What the fuck. Was geht ja? Zane Rocks. Hier ist Zane. Mein Name hier ist Zane Rocks 14, aber jetzt bin ich 15. Yeah, sexy, äh. Äh, sexy sowohl online als auch offline. Ein paar Dinge, die du um mich wissen solltest. Ich habe eine geheime Seite in Teentopia. Äh. Also ist es nicht gelistet. Ja, ich mach mal wieder jetzt hier. Es war immer nice, aber jetzt zum Folgen. Also ich habe eine geheime Seite in Teentopia. Ne, sie ist nicht gelistet. Aber, äh, du kannst sozusagen. Aber du kannst da drauf kommen, wenn du den Link hast. Wenn du, äh, lahm, also wenn du so ein lahmer, doofer Typ bist, äh, denk nicht drüber nach. Okay, es gibt also eine geheime Seite hier. Ähm. Seapage ist die beste Band, äh, in der motherfucking World hier, ne? Also in der motherfucking Welt. Sie sind, sie sind wunder-, äh, sie sind wirklich fantastisch, aber falsch geschrieben. In Cradlebar. Ich mach auch geile Comics. Big Z Studios. Slayers X Comics 1. Oh Gott, ey. So, aber wie kommen wir denn jetzt, äh, wie kommen wir dem von Prinzip her jetzt, äh, eine reinhauen? Das erste, was ich jetzt mal machen werde, ist, dass ich, ähm, dass ich hier mal einen Totenkopf fasse. So, machen wir hier mal, äh, ein Dings hin, ja? Ein kleines Smiley. So. Comic Studios, Slayers X, blablabla. Oh yeah, ne? Cooler Dude und irgendein Maskenhain, die kämpfen gegen Teufel. Oh. Mach auf und geh zur Schule. Ach so, ist das die Mutter oder was, ne? Oh Mann, ey. Warum klingt das wie meine Mutter? Oh, oh, scheiße. Äh, oh, das ist ziemlich kacke, ey. Das ist die Mutter. Haha, cool. Voll, voll gnarly. Zeben Minuten später. Family Apartments. Ich muss Zane töten. Bevor er, bevor er seine Geheimkräfte aktiviert. Diese Träume, die du hast, die sind real. Die Dämonen, die grüne Energie, deine Geheimkräfte und die doppelten Pistolen. Alles ist real. Wir brauchen deine Hilfe, Zane. Wow. Wow. C-Page. Nothing left for me. Oh, ich hab ne Freundin, Jessica. Sorry, ladies, ne? Wir können ja mal später wieder zurückgucken, wenn ich, äh, für den Fall, ich sollte, äh, wenn, äh, dass ich Single sein sollte. Aber ich hab, ich plane das jetzt nicht mit ein. So, C-Page. Dextech, like the best of them, about Zane. So, jetzt erfahren wir was über Zane. Was ist Zane? Was hat er denn hier? Explosiv. Also, das ist wirklich so, so kann man sich das an, äh, an, äh, so vorstellen, ne? So die ganz frühen, äh, Internetseiten, ne? Ja, so viel Text, halt wenig Interaktion, aber halt, also fette Gifs hier, ne? So, äh, Totenkopf, äh, Totenkopf, ich mein, Skelettern und Explosionen hier noch so, ähm, ja, rotierende Pistolen. Aber, naja, ist schon irgendwie, ich find das irgendwie witzig, ne? Also, das ist auch richtig so, also so stellt man sich halt so einen typischen Cool-Dude vor in den 90er-Jahren, ne? Oh, ich bin voll sexy, ey, ich mach Comics, voll gnarly, ich hab Pistolen, ey, ne? Und, also, hoffentlich hat er keine Pistolen, aber wir werden sehen, ne? Ich mag voll, äh, ich mag Rockbands und ich hab ne Freundin, ähm, jetzt ist er 15, der 10. Klasse. Lieblingsmusik, Seapage, Kordel, Psycho-Syndicate, ähm, Lieblingsfilme, äh, Techno-Wizard, Lieblingsspiele, Cataclysm und Squishers, äh, Beziehung. Ja, ich bin schon vergeben, aber ich möchte trotzdem, weil dann Freunde waren, Hobbys. Ja, meine eigenen Hypnospace-Seiten machen, zocken, Comics zeichnen, programmieren, hacken, hacken, äh, mit meiner Freundin rummachen, mein Moped, äh, mein Moped reiten wollte ich grad sagen, äh, mit meinem Moped fahren, ähm, Lieblingsshows, Taurus X, Squishers, Sound Underground. Ich hab diesen Award gewonnen. Annual Dumpies, Chaos Award, Winner. Oh, The Dumpster, achso, die, äh, die Seite kennen wir aber schon, die hatten wir doch schon bei der, äh, bei der anderen Seite von der, äh, von der, ähm, ähm, ja, von der Benutzerin, die ja den, äh, den Fisch, den Comic-Fisch verwendet hat. Einer Untergrund-Comedy-Page. Oh, das ist eigentlich ziemlich gut. Okay, interessant, Alter, jetzt müssen wir uns ja ein bisschen, äh, ein bisschen durch, friemeln. Wir gucken mal, The Dumpster. The Dumpster. Ja, also, ne, äh, wir schmeißen den ganzen Hypnospace-Müll weg, so, damit du es nicht machen musst. So, The Dumpies. November, das ist ein Jahr her, seit, äh, das Hypnospace gestartet ist. Äh, lasst uns hier zusammen, äh, kommen, um, äh, ja, äh, ja, um sozusagen hier, ne, den, äh, den, äh, den, äh, der Teilnahme der Hypnospace-Menschen hier, äh, ne, zu würdigen und talentierten Bürgern, äh, 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 äh. Und jetzt, okay, blablabla. Also, von mir, Zipa, wird sich ein bisschen drüber lustig gemacht, ne, ja, von wegen, ja, komm, die tollen Burger, blablabla. Lustig, lustig. So, ähm, das Problem ist natürlich, ja, das ist ja alles ganz nice, ne, also, ähm, kann man sich ja vielleicht später nochmal angucken, und ich glaube, wir werden jetzt nicht das letzte Mal hier sein. Aber, Zane Rocks. Wir müssen mal gucken. Hey, Doc. Habe ich dir schon mal erzählt, dass du bis hier runterscrollen kannst? Cool. H.S. Gamers Only. Ne, jetzt bin ich wieder hier. H.S. Creativity. Tamara's, ne, die brauche ich ja alle gar nicht, ey. Zane Rocks, ne, das interessiert mich nicht. Und was ist das jetzt hier mit? Äh, 16 Freunde. Chitchat. Äh, ja, die Nummer 1, äh, das Nummer 1 Online-Chat-Programm im Hypno-OS, ne. Chitchat ist der Weg, mit dem du halt Nachrichten austauschen kannst mit deinen Freunden, deiner Familie und den Mitarbeitern von Hypno-OS. Ja, die dir wahrscheinlich in der Nacht irgendwie wegschnappen werden, wenn du mal nicht hinguckst, ja. Also, äh, Messe, also Nachrichten senden, äh, ne, Daten austauschen, Freunde und Familie finden. Und das Beste ist, dass Chitchat komplett kostenlos ist, ne. Wow. So, willkommen Chitchat, Charles. Charles, nett dich zu sehen. Ah, der ist ebenfalls Charles. Ist schon weichen her. Ja, oh, ich hab drüber nachgedacht, ne. Ähm, wollen wir Candice in unsere Chitchat-Gruppe mit einladen? Okay, klingt super. Finde alte Freunde oder mach neue. Ne, ist online, Karl ist online. Das ist die gleichen einfach so mit Bart, mit ein bisschen mehr Punk-Frisur hier. Ja, nimm sozusagen in einen Gruppen-Chat-Teil mit bis zu 24 anderen Usern. Ähm, äh, so weißt du, gib damit an, wie viele Kumpel du hast, ne. Ähm, indem du den Hypnospace, äh, Bilder-Chitchat-Plugin verwendest. Ich hab 500, ich hab 500 Kumpels und Chitchat. Ich bin voll beliebt, ey. Ich bin zwar so ein kleines, dickes, pickeliges Kind im Keller meiner Mutter, aber ich hab 500 Kumpel. Wow. Ähm, bla bla. Oh, wir könnten das jetzt installieren. Oh, das ist ja interessant. Gibt das? Okay, nein, wir können das nicht machen. Also, es ist nicht, äh, kompatibel mit der HiddenOS Enforcer Edition. Okay. Die Frage ist, wie können wir den jetzt hier rankriegen? Also, das Problem, was ich halt sehe, ist, wir müssen halt rausfinden, an was für eine Stelle er Leute beleidigt hat. Also, ähm, okay. The Dumpster. Wir gucken uns trotzdem mal den Dumpster an. so. Äh, bla bla bla. Ähm, es ist ja, der, der abartigste. Oh, okay, das ist interessant. Also, der, äh, okay, okay, okay. Der, äh, Missbrauchspreis. Die Dumpies 1993. Also, gibt's hier Preise für das asozialste Verhalten. Okay. Und der war, also, der, äh, Preis für die, äh, für das Schlimmste und der, für den abartigsten Missbrauch im Hypnospace geht, äh, geht an YourBudReggie55, äh, blablabla. Vom Kaffee. Willkommen zu ReggiePaid. Aber das ist er ja nicht. Es sollte euch nicht, äh, es sollte keine Überraschung sein, dass, äh, dass keiner im Hypnospace, äh, das, äh, achso, dieses Bubblegum-Template hier benutzt, dass im Herz ja, sozusagen, eine, eine süße, äh, eine süße Abartigkeit der Seite darstellt. Hey Reggie, ähm, ja, komm auf unser Level, Mann. Ja, was hast du dir dabei gedacht? Äh, zumindest könnte, ähm, ja, also, äh, zumindest könntest du diesen, äh, diesen Platzhalter, diese Platzhalter-Grafik so ein paar Pixel nach unten legen, damit die drei Besucher dir tatsächlich deinen ganzen Scheiß lesen, auch mal was über deine Frau oder so erfahren. Aber mit sehr geht's ja darum, äh, ne, also, ja, das ist das schlechteste Template oder sowas, ne. Der Chaos Award. Ha, ja, okay, jetzt ist interessant. Jetzt wird, der Name taucht hier plötzlich auf. Ne, der Chaos Award. Der 1999 Chaos Award geht an Zane Rocks 14 von Teentopia. Zane ist, äh, nur 18, äh, 15 Jahre alt, aber wir haben eine Ausnahme gemacht, äh, bezüglich unserer über 18-Regel, denn diese Seite, ähm, denn seine Seite, ähm, Got Game Away Lame. Ah, okay. Also, Spiel oder, äh, Spiel irgendwas oder, äh, kriegt das, äh, besorgt der Spiel oder du bist einfach nur total lahm, das kann man schlecht übersetzen, äh, ist, äh, wirklich eine wunderbare, grausame, Testosteron-geplagte, äh, geplagte, äh, äh, ja, Stück Arbeit, ne, einfach drauf springen. Okay, interessant, das ist also seine, interessant, das ist seine nicht gelistete Seite, ne, so kommt man, aber es ist schon ein bisschen spannender, so, so alles so durchzuforschen, ne. Ähm, Ja, also ganz ehrlich, äh, es ist, äh, nichts zu übersehen, dass seine, seine, ähm, Arbeit inspiriert wurde von der, äh, von dem, was wir hier tun, ne, auf der Seite der Dumpster. Zane hat, äh, Oh, Zane hat wirklich, äh, unnachgiebig seine, äh, ja, sozusagen seine, mit Teenager in Interviews durch den, äh, so solchen Mock-Interviews durch den Dreck gezogen, äh, bezüglich, also mit, äh, Fatoons und sowas, die er selbst gezeichnet hat. Äh, auch wenn wir diesen, äh, diese brutale Herangehensweise nicht gutheißen, können wir auch nicht, können wir es auch nicht ändern, dass wir das total charmant finden, ja, ähm, wie diese Seite als eine Art, äh, Selbstparodie wirkt, ne. Ähm, wir wissen, er ist nur ein Kind, aber Zanes Waffen, äh, Weapons Great Contempt. Ja, sozusagen Zanes Herangehensweise und sein Waffeneinsatz gibt ihm den, äh, Chaos Award dieses Jahr. Ja, so macht man das sehen, ne. Und nun, äh, ja, genieße sozusagen hier, ähm, genieße dieses, diesen selbstgemachten, äh, diese selbstgemachte, ähm, nein, wie nennt man das, äh, Bräutnich Brosche, ne, hier, äh, Anstecker sozusagen, ne. Also Anstecker, ähm, äh, ja, sozusagen in einem Stil, den du, äh, zu wissen, also, äh, den du, äh, äh, gut heißen wirst. So, Page of the Year. Na, das lesen wir uns auch noch durch, das unterscheidet mich jetzt. Und dann gehen wir mal auf die Seite von dem, äh, ja, Zane, ey, das ist ein Typ, ey. Äh, so, 1990, also die Seite des Jahres. Wir hoffen, dass dieser, äh, äh, ja, so, so ein paar, ähm, was ist mal, also ein paar underground, äh, Leutchen vom Hypnospace, ähm, wir haben gehofft, diesen Award, äh, sozusagen solchen kleinen Underdog-Leuten da zu geben, aber Grace P. Kolako, ähm, sind unsere unangefochtenen Helden geworden, nachdem sie, äh, wirklich so, so, weiß ich nicht, so, äh, ja, so Kunstwerke oder solche, äh, Grafiken, wo man nur stöhnen kann, in so, äh, ja, in so eine Selbstfarodie verwandelt haben, ne. Fans von Cool-Punk trinken Grace Peak Cool-Punk Marketing-Campaign auf, oder also, sozusagen, ne, saugen die in sich auf. Sie sind, äh, unironisch gesehen, äh, ja, sie sind unironisch gesehen, äh, ich weiß nicht, was sie jetzt überhaupt hier reden, äh, erfreut über Grapeaks, äh, grausames oder wirklich, äh, schlechtes, ähm, schlecht schmeckendes, äh, Getränke-Comeback. Also, ja, da geht's jetzt einfach hier um, äh, Energydrinks oder Cola oder so, ne, Döns, ja. Ähm, diese drei, ähm, grasrauchende 19-Jährigen, die wirklich glauben, dass, äh, dass, äh, eine, ähm, ja, sozusagen, eine, ähm, sinnvolle, antikapitalistische Kunstbewegung ist, äh, sollten sich sofort verpissen. Naja, wie dem auch sei, ähm, ähm, äh, 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 wir hoffen zumindest, dass das so dann der, äh, der Nagel in Coolpunks, äh, eisigen Sarg sein wird. Und wir hoffen, dass wir bald, äh, ja, Schneemann-Kunst sehen, ne, oder Schneemann-Grafiken, ähm, oder, dass wir nicht wieder das sehen müssen, ne, und auch nicht, äh, also deine schlechten Schneemann-Lieder. So, also, äh, herzlichen Glückwunsch für Grey Peaks. Du hast 1999 den Award gewonnen und, äh, ja, und auch, äh, für den Rest aller Ewigkeiten, wenn es um uns geht. So, aber das interessiert uns jetzt ja nicht, da drücken wir noch nicht drauf. Äh, so, das ist alles für heute, äh, für die, äh, dieses, äh, für die sehrenden Dumpys. Wir hoffen, dass eure Blutlust, äh, wirklich effizient gefüllt wurde, also, ne, gestillt wurde. Wenn ihr enttäuscht wart, ähm, und nicht unter den, äh, Gewinnern, ja, dann, äh, dann, ja, dann müsst ihr mehr nächstes Jahr, sag mal, also müsst ihr, müsst ihr viel beschissener sein nächstes Jahr, ne. Also, bis nächste Woche, meine, äh, ja, meine, meine Befreundeten oder meine, äh, lieben Taucher, also Mülltaucher sozusagen, das Dumpster-Team. So, aber uns interessiert jetzt das hier. Okay, es ist auf jeden Fall das Gleiche hier. Äh, Ne, Moment, jetzt, ne, 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 da muss, es ist nicht gelistet. Moment, Moment. Ja, ja, Enter ist in Ordnung, aber ich muss jetzt ja hier auf diesen Link drücken, so, und den werde ich jetzt auf jeden Fall markieren. Hier sind wir wahrscheinlich richtig. Wenn, wenn er jetzt irgendwelche Mock-Interviews, äh, durchführt, um seine, äh, um die anderen Teens, sag ich mal, Hier zu beleidigen und bloß zu stellen Ja, das ist die Hypnospace-Seite, die keine Fragen stellt Ja, sozusagen Willst du Berühmtheit erlangen Oder Spiel... Ich kann das nicht übersetzen So, also du kannst die Episode auswählen Seapage oder Kosey-Uhr Kosey-Uhr klingt wie Gucken wir uns nochmal beides an Episode 1 So, wow, es ist wirklich Eine Ehre, Mikey Saiki Hier zu haben Den Frontsänger von der Grandiosen Band Seapage Der ist halt mit uns heute hier Und lass uns mal sehen, was Ob sie das Spiel haben oder Ziemlich lahm sind Hi Mikey, danke, dass du Also, hi Mikey Danke, dass du hier so bei mir In der Show bist, ne Auch wenn du so verdammt Ja, auch wenn du so berühmt bist Und so fantastisch Und so geil Ja, kein Problem sein, ne Das ist Das ist diese Art von sarkastischen Humor Das bin halt ich, ne Und, äh Ja, das Und die Nicht nur ich, sondern auch meine Band liebt, ne Also, wir fressen diese Piep Auf wie Piep Mother Piep Lustig Ich hatte das Gefühl, dass wir Äh Ich hab schon gedacht, dass das so ist, ne Um mal ehrlich zu sein Ähm Das ist nicht wirklich fair Ich denke, es gibt auch eine Chance, äh Dass du irgendwie lahm bist Irgendwelche letzten Worte Bevor ich mein Urteil fälle Ja, lass uns Äh Lass uns hier diese Piep Rocken, Alter Ja, du hast Äh Ihr habt es gehört, Mann Ne Also, lass uns mal die Ähm Ja, lass uns das Ergebnis hören Drumroll Also, ne Trommelwirbel Und die Äh Voter haben Äh Ja, haben sozusagen entschieden C-Page Hat Gott game Also sind so toll Und geil Und wow Hat keine Überraschung hier, ne Da sind sie C-Page Ja Ah, das ist halt so, ne Frühe Gov Kids Ja, ne So, äh The main game Brutpage This is the secret page Äh Ja, das wissen wir ja Gibt's hier unten noch irgendwas Erkennst du nicht die Regeln, äh Vom Runterscrollen hier Ähm Okay, also Er kneift mich in den Armen Bis ich blute Ups Wenn du nicht Cory bist Dann ist das, äh Oh, jetzt hier Jetzt geht's los mit dem Gemobber Ja Ähm Wenn du nicht Cory bist Dann war das nur ein Äh Unfallidiot Aber wir wissen ja Wir haben jetzt ja hier Cory Eww Und da Kommt jetzt Hier wird gemobbt Hundertprozentig Diesen Monat Äh Da 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 Das Brassi Kid Aka Cory Sein Name Äh War Früher Give Me Pizza Ja, äh Er ist schon ein Ziemlich dicker Typ, ne Und, äh Äh Und er hat ja auch so Unkontrollierbare Fresssucht, ne Ja, ich hab mal mich mit ihm unterhalten Für ein Interview Heike Oh Okay, ich glaub wir sind hier richtig Wir sind hier wirklich richtig Also Wenn man sich das Bild da schon mal anguckt Dann ist das nicht sehr schmeichelhaft Und, äh Ja, da Ja So, und, äh Man sieht ja Also, äh Der hat hier so ein bisschen Wahrscheinlich die Wahrheit auch so rumgedreht Dass er diesen Cory da so richtig runter machen kann Aber er ist jetzt ein cooler Typ, ne Hi Cory Also, du kennst ja diese Game Show, ne Und, äh Wir wollen mal schauen, ob du lahm Oder ob du lahm bist oder nicht Wie geht's dir? Äh 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 Ich weiß, dass ich fett bin Und meine Pickel ausdrücken muss Äh Auf andere Mädchen Also Warum mögen sie mich? Äh Warum mögen sie mich nicht? Äh Äh Alter Junge Das ist voll ekelhaft Äh Schau Schau mich an Ich kann das Saxophon spielen Und fressen Hotdog Ist doch gleich in Zeit Ich hab so Hunger Jetzt hab ich Ketchup Jetzt hab ich den Ketchup verschüttert Und das auf meinem neuen Shirt Äh Alter Walter Was ist denn dein fucking Problem? Jetzt mal ganz ehrlich Oh ehrlich Ey Das ist ja Ich muss gleich kotzen Ey Ah Zum Glück ist hier eine Toilette Äh Kotz in die Toilette Bleh Oh nein Warum kotzt du? Warum kotzt du in meine Mutter rein? Oder auf meine Mutter? Dieses Ähm Diese Toilette voll mit dünn Schiss Ist meine Mutter Und äh Das Deswegen riecht das auch so Bleh Ja Leute Ich denke wir haben unser Endergebnis Lass uns mal schauen Cory hat Äh Also Cory Ist ja cool oder nicht Äh Ja und die Äh Ja die Voters haben entschieden The Brassic kid ist richtig lahm Naja Jetzt äh Jetzt wissen wir auch warum Der keine wirkliche Freundin finden kann Bis zum nächsten Mal Ja bis dahin Grins Ich hab dich gewarnt darüber Hier nach unten zu scrollen Du Arschloch Ne Tritt mir in die Eier Ne Äh Vor allem wenn du Äh Wenn du Cory bist Ich glaube es ist sehr offensichtlich Das Ne Dass er den hier mobbt Also Zack Arassment Ja das ist ja alles Arassment Also muss ich mir jetzt das aussuchen Oder was Also Das hier Jo Get paid Äh Ich meine wir können das noch weitermachen Also die Bilder Sind genauso Es ist genauso beleidigend eigentlich Können wir auch gleich nehmen Ja Ja Mit sehr können wir das alles lizenzieren Also ich meine Das ist auch beleidigend Ich meine hier unterstellt er ihm Okay Ähm Das ist halt ein Dicker Junge Der nur fressen kann Ja Also Auch weg damit So Ähm Gibt es hier noch irgendwo Wie viel Wie muss ich denn überhaupt machen Ich muss mal jetzt kurz gucken Please flag der Account Ähm Also vier Okay Vier violations Muss ich finden Auch ganz ehrlich Ich finde noch viel mehr Also Yeah That's That's for Another day Now I'm going back To the Tintopia Wie komme ich jetzt irgendwo wieder raus Ey Ich weiß immer nicht wie hier Ne restart möchte ich nicht Lock off So Äh Ja Oh Wer immer meine Seite hier Oh oh jetzt ist er sauer Wer immer meine Seite hier Gefleckt hat Ne Ja pass bloß auf Ich weiß ja du bist Und äh Ich raste gerade komplett aus Ja Also eigentlich können wir nicht einfach das komplett flaggen Dann müsst ihr doch eigentlich äh Ja komm ich habe nicht Angst Oh so einen kleinen Tidiboy Ja weg damit So Okay So na ich meine Ja wir können das alles hier Ich meine wenn das extra Geld gibt Ganz ehrlich Können wir auch weitermachen Also Das ist beleidigend Oh Gott ehrlich Wir machen mal richtig Richtig hart hier Ich bin bla bla Das können wir noch nehmen Ich meine es gibt alles Geld Warum soll ich mir das Warum soll ich das nicht nutzen hier Ich meine gut Ich spiele natürlich dann Diesem Ja unterdrückenden Regime So ein bisschen in die Tasche Aber naja Oh jetzt hier geht es ja richtig los Ja Von wegen Erstmal das Bild Ja dieser dicke Pickel besetzte Fleischsack da Das kommt noch weg Und Ja na von wegen Die Toilette ist meine Mutter Und das riecht auch so Also weg damit So Ansonsten Hier von wegen Ah ne Oh scheiße Kennst du Ne ne das war Das hier aber schon Von wegen Kein Wunder Dass er keine Freundin bekommt Das hier unten Können wir aber eigentlich auch Von Prinzip her Na von wegen Ich trete dir die Eier Wenn du da bist Ja ich meine Die Toilette Könnte ich theoretisch auch noch machen Aber Ich glaube Ich glaube Es reicht jetzt Also ich Denke eigentlich schon Dass wir ganz gut dran sind Wie sieht es mit den Cases aus So Teentopia Additional Violations Das hat sich echt gelohnt Ja Also Dankeschön Das höre ich gerne Ich bin wahrer Held Wurde mir gesagt Na Wunder Wunderbar Wunderbar So muss das sein So Harassment Hammer Also Das ist fertig So New Case Extra Legal Commerce Of All Enforcers Hallo Doc Das ist eine Nachricht Ähm Dass das Kappa Catch Bezahlungssystem Ähm Ja Man vermutet Sozusagen Dass das so ein bisschen Illegales Zahlungsgedöns da macht Oder Sachen verkauft Die man nicht verkaufen sollte Ja Schau dir mal Alle Zonen Die dir sozusagen Zugesendet wurden An Zumindest vier Vielleicht sogar mehr Wie also Mehr Verstöße Ne Blablabla Da steht wieder Du musst das nehmen Ähm Wir haben ein Ein Bild angehängt von Kappa Cache Payment System Ähm We added Opened Alt To your assigned Lists Okay Downloading Kappa Cache Kappa Cache Ein So So What is Kappa Cache Kappa Cache Buy now with Kappa Cache Naja So Und nun Wie machen wir das jetzt am besten Open-Eyed Ach du Scheiße What the fuck Ne 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 Komm ich bin wieder weg Was zum Teufel Ich meine Muss sein aber Okay Okay Das ist sozusagen Die Seite Für die ganzen Verschwörungstheoretiker Ne Interessierst du dich Für esoterische Spiritualität Alternative Medizin Und die Tiefgreifenden Wahrheiten Dann ist Open Eyes Für dich Ne Das ist eine Zone Wo nicht Ja Wo nicht gejudged wird Ne Für alle freien Denker Ach du Scheiße What the fuck Alter Wo bin ich hier gelandet Aber es ist Es ergibt natürlich Sinn Ne Wenn wir ja so ein So ein Pseudo glückliches Ne So ein Pseudo glückliches Hypnospace haben Wo alle ja glücklich sind Und bla 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 Und sowas Und alles sehr sehr von der Regierung Inszeniert wird Kann ich mir schon vorstellen Dass es dann natürlich Dann auch das krasse Gegenteil gibt Ne Nämlich wirklich hier so Ne Wir sind Wir sind hier sozusagen Die Verschwörungstheoretiker Wir kennen die Wahrheit Und Da können wir gleich mal gucken Also Wie hieß das hier Kappa Cash Gucken wir doch gleich mal Ne Kappa Cash Hypnocoin Guide Hm Find man ja gar nichts Kappa Cash Zusammengeschrieben Vielleicht Vielleicht ist das das Problem Kappa Cash Sherry Heels Okay Ach du Scheiße Ach du Scheiße Ja Die Psyche heilen Und die Lebensgeister Wieder auferleben lassen Für einen günstigen Preis Sherry heilt dich Also Meine Heiltechniken Sind bewiesen Von dem Ja Von Von Dem Spirituellen Also Welt Also der Weltangesehenen Spirituellen Guru Sherry Claire Das ist er also Sherry's Story Ach du Scheiße What the fuck Wo bin ich hier gelandet Ey Ich wäre weg hier Ja Hier haben wir schon mal Hypnocoin Merch Und da können wir gleich mal drauf gucken Willkommen in Sherry's Heilseite Oder auf Sherry's Heilseite Sherry hat über 30 Jahre Erfahrung Mit spirituellen Und physischen Heilerfahrungen Und Hat sich mit den Welt Ja sozusagen mit den Weltführern Oder hat schon Weltführer Behandelt Und Auch Stars und Stars und Sternchen Und jede Und auch Leute Solche Normalen Leute wie dich Überall Überall auf dem Ne Auf der Welt Auf der Weltkugel Oder Globrr Heil und Liebeszauber Dämonen und Geist Exorismen Ja Sie hat eine offene Nicht Nicht Wertenden Herangehensweise Um ihren Klienten zu helfen Wenn du wirklich Heilung brauchst Dann warte jetzt nicht Read Exorcism Client Testimony Okay Ich mach hier mal Auf jeden Fall Was hab ich denn noch für Symbole Machen wir mal Diesmal ein Auge hin Ich meine im Notfall kann ich das ja alles noch Ändern Ich will natürlich mehr über diese Mysteriöse Sherry erfahren Sherrys Geschichte Ach du Scheiß Oh Gott ey So So ist wahrscheinlich AstroTV entstanden Oder so Ich weiß nicht Willkommen Ich hab meine Karriere als psychisches Medium und Heilerin Vor 30 Jahren begonnen Aber Ich hab meine Kräfte erst entwickelt Oder ich hab meine Kräfte schon entwickelt Im Alter von 8 Jahren Eines Tages Ähm Hab ich einen Department Store Mit meiner Mutter besucht Ja Und ich habe Und ich bin vor dem Balkon gefallen Und äh Wurde Unsichtbar Quatsch Äh Wurde bewusstlos Ne In meinem Träumen Von dem Gottes beschenkten Von dem Gottes beschenkten Meister Meister Psychischen Medium Ja So Ähm Ich habe Wirklich Unlösbare Fälle gelöst Ja Und ich habe Wunder gewirkt Ja Auf der ganzen Welt Für 30 plus Jahre Ne Ich bin ehrlich Ich bin ehrlich Und akkurat Und äh Es muss jetzt halt noch kommen Dass mir ein Fall misslingt Ähm Ähm Jaja Individuelle Ergebnisse Können von Person zu Person Variieren 18 plus muss man sein Oh Gott Das wäre Crazy Console Cherry now Okay Ja Wenn du Äh Wenn du eine Beratung möchtest Dann mach bitte Äh Dann musst du sozusagen Einen kleinen Preis von 33 Hypno Coins zahlen Und ich werde dir eine Oh das ist sehr spannend Können wir das auch machen Äh Ich werde dir eine Nachricht senden Mit äh Den Anweisungen Zu meiner äh Service Seite 33 Das ist kein Betrug Das ist äh Äh Es hat sozusagen Diesen Sicherheitsanspruch Von Hypnospace Ja Blablabla Ähm Und das ist kein äh Kein Fake Hypno Coins Blablabla Kann ich das machen? Warte ich will mal Ich will mal nichts hier kaufen Oder so Ich hab genug Geld Ich könnte es mir Aber ich will mir erst mal hier Okay Chitschat Interessiert jetzt gar keinen Oh Gott Ey Okay Das ist halt vom Prinzip her erst mal Unwichtig Das ist einfach nur gut Die Ne Also die Ist so eine Händlerin mit Hypno Coins Spirituality Es gibt verschiedene Leute die Da wahrscheinlich irgendwie Mit in Verbindung stehen So Aber wichtig ist halt mir nochmal Die Exorzisten Und das will ich mir nochmal durchlesen Ach What the fuck Ey Jetzt ist das natürlich sehr Vertrauenserweckend Was ist das hier? Irgend so ein Apfel Wo so ein Puppenkopf Draufgeschraubt ist Oder so Hallo Hallo mein Name ist Gras Parker Und ich möchte Ich möchte hiermit Feierlich ablegen Ja Dass ich Mich sozusagen In den Dass ich sozusagen Dieser wunderbaren Sherry helfe Ne Ich hatte mal ein Problem damit Dass ein Ja Dass ein Dämon 2 Uhr nachts Bei mir an der Tür geklopft hat Ne Unsere ganze Familie War wirklich Ja Komplett erschrocken Sherry hat mir geholfen Also Also Der hat uns beiden geholfen Sowohl mir Als auch dem Geist Dass der Dass er sozusagen Ruhe findet Seine letzte Ruhe Hier ist ein Okay Hier ist ein Bild Von meiner Tochter Was sie gezeichnet hat Von diesem Geist Naja Als ob Als ob ein Kind So akkurat zeichnen kann Was ist das für ein Geist Also Davon Würde man doch keine Angst haben Ne Das könnte man drauf treten Dann wäre es Matsch wahrscheinlich Wer hat eine Seance Äh Per Chitchat Na klar Und Wir haben sofort Kontakt Aufgenommen mit Sherry Ähm Es hat sich selbst Identifiziert Als Smolder Boulder Der Dämon Ähm Nein Ich werde nicht gehen Nicht Bevor du mich Äh Kontakt Äh Bevor du mich Mindestens 25 Mal Noch kontaktiert hast Äh Hast Hat es gesagt Also haben wir nochmal 25 weitere Seances Abgehalten Ähm In den folgenden Wochen Und dann endlich Ist der Geist Hat er sich verpisst Ne Nicht nur hat Sherry Äh Gewusst Wie man Den Dämon aus unserem Haus Vertreibt Ach sie ist auch so Sie ist so eine tolle Frau Mit der man sich unterhalten kann Ne Ähm Wir sind also Ich muss ganz ehrlich sagen Wir sind mittlerweile Richtig gute Freunde Also ich bin 50 Und freue mich Dass wir uns getroffen haben Gast Parker Ja 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 Alles klar Alles klar Sherry Sherry's Store Gibt es auch noch Nee äh Sherry's Story Entschuldigung Äh So Äh ja Ich hoffe das ist jetzt kein Fehler Aber machen wir doch mal Oh Gott Hypnomehl Ich meine irgendwie Es muss ja einen Grund haben Warum wir letztendlich Äh ne Warum wir Geld verdienen Wahrscheinlich genau ist es im Grund Wahrscheinlich habe ich mir jetzt Ein Virus eingefangen Oder sowas Würde mich nicht wundern Dankeschön für deine Bezahlung Mit einer 100%igen Erfolgsrate Mache ich sicher Dass du Frieden findest Ähm Den du in meine Äh sozusagen In meine Dienstleistung investiert hast Hoffentlich Äh Reden wir bald Okay Okay Ich hoffe Oh 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 Was sehen wir denn da Oh 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 Was ist denn jetzt hier los Alter sind die Ah jetzt bin ich auf der Seite von der Ich hab äh Verschiedene Angebote Ne Von denen du äh Wählen kannst Ne Wenn du nicht Irgendwas siehst Was du nicht magst Dann sag mir Bescheid Also 20 Minuten Äh So eine Heile Seance Eine Heile Äh Heile Chat hier Im Chitchat Session So 19 Dollar 95 Alter Alter Ein äh Ja ein Selbst erstellter Oder Nur auf dich abgestimmter Liebeszauber Oder eine Ach ja toll Wow Für 9 Dollar 95 Zündet die für irgendeinen Verstorbenen von mir Eine Kerze an Ja Herzigen Glückwunsch Aha Und jetzt Das ist interessant Jetzt geht es nämlich los Jetzt haben wir nämlich hier Genau das Was wir gerade suchen Denn die nutzt Ein äh Eine illegale Währung Sorry Ich akzeptiere keine Hypno-Coins Ähm Weil es nicht für echtes Geld Verwendet werden kann Na dann Würde ich sagen Wir hauen mal auf den Hammer Ähm Das hier Zack Nummer 1 Zack Zack Und Weg mit dir So Ähm Weiter geht's Wir haben auch noch einen Das lassen wir doch nicht auf uns sitzen hier Wir müssen für Ordnung sorgen Alles muss weg Was ist eigentlich Wie ich da drauf drücke Aha Die wurden nicht auf meinem System gefunden Ja Muss man Vielleicht hätte ich mir noch ein Virus In dem Spiel eingefangen Man weiß es ja nicht Also Kann ja sein Das Das wäre dann eher Unter milisches Software So Sagt die dazu irgendwas Stört die das Oder Nö Alles gut Der scheint es gut zu Joghurt Hypno-Mail Joghurt Hypno-Mail Wahrscheinlich droht die mir jetzt Oder so Hey hier ist Dylan Ich habe mitbekommen Dass du Dass du sozusagen Blablabla Oh ja Ich habe mit Romail bekommen Alter Okay Ich habe mitbekommen Dass du sozusagen Dieses Kappa Cache Ding da Dass du das Irgendwie Gefleckt hast Du hast doch schon ein paar gefunden Aber wir Finden immer noch So ein paar andere Kappa Cache Nutzungen Und wir wissen auch nicht Wo die herkommen Ich meine Ich könnte Ich könnte auch Sag ich mal Ein bisschen Graben Und Würde mich selbst finden Aber Deswegen bist du ja Da Richtig Ich meine Ich wäre nicht Okay Ich meine Ich wäre nicht irgendwie Ich wäre nicht irgendwie Faul sein oder so Aber Es ist einfach nur Dass ich wirklich Sehr hart arbeite Und Ich habe ein paar Richtig nette Neue Features Das neue Jahr Integriert Dass wirklich Deine Also deine Ja Dir die Socken Weghauen wird Dylan Okay Ist doch keine Drogen Oder sowas Ne Okay Alles Kann ich Dacht Schon Sein können Oder so Ähm So Oh Das war's Aber noch nicht Okay Das ist interessant Das ist interessant Das war's noch nicht Aber wieso nicht Wir sind noch nicht fertig Scheinbar Okay Okay Wir haben das Jetzt hier Ausgelockt Consult with Sherry now Okay Das kennen wir schon Da müssen wir ein bisschen Graben Oder sowas Äh Sherry's Story Hm Okay Das ist sehr interessant Also Irgendwas haben wir Übersehen Scheinbar Ich kann einfach mal Gucken Ähm Ob ich Sie irgendwo Noch anderswo Finde Na gut Wir kommen nur wieder Auf diese Seite Ja Na gut Das bringt mir aber Nix Ja Ne Hypno Kion Merchant Terry's General Store April The Angelic Hamster What the fuck Wir haben jetzt auch Keine Äh Keinen Hinweis Da auf Wo wir Vielleicht Langen müssen Ähm Ich mein Das haben wir Schon Sollen wir Den nochmal Bezahlen Ich mach das nochmal Ich weiß nicht Ob das jetzt Klug ist Oder so Aber ne Ist genau das Gleiche Äh Vielleicht Muss ich Warte mal Vielleicht Muss ich Einfach Äh Das Ja Auch Weghauen Kann Ja Sein Oder Okay Keine Violation Tja Was soll ich Da machen Ich hab Jetzt Hier Von Dillon Aha 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 Okay Scheinbar Aber Covercash Kann ich ja Nicht suchen Das ist halt echt Ein Problem Muss ich mal gucken Wie ich da Irgendwie Weiterkomme Oder so Ähm Alter Kappacash Äh Ne Kappacash Da finden wir Ja nix Da kommen wir Nur auf Cherry Hills Ihr weiß Ne Wir müssen es ja Letztendlich Äh In Verbindung Mit ihr Irgendwie finden Aber sie hätte Das hier Okay Hm Ich mein Ich könnte jetzt Fünfmal bezahlen Aber das bringt mir Auch nix Oder so Ne Vielleicht hab ich Irgendwas übersehen Aber Wisst ihr was Leute Ich glaube Das mach ich mal In der nächsten Folge Ne Ich glaub Wir haben jetzt schon Gut was erreicht Ne Wir haben Tja Wir haben Ein Mobile Internet Komplett vernichtet Und jetzt Äh Werden wir Diesen Diesen Scam Auch mal Offenbaren Von dieser AstroTV Tante Gucken wir mal Bin ich mal gespannt Ne Ich würd sagen Wir sehen uns dann In der nächsten Folge Von Hypnospace Outler Ne Nicht Hypnosis Outler Sondern Hypnospace Outler Bis dahin Ciao